Was ist mit ihm eigentlich? Wir haben hier gerade einen Kostümbewerb. Links sind alle, wir filtern gerade die raus, die gut sind, die kommen nach rechts. Die können einfach sagen, ob die gut sind, die dürfen dann weiter, also nach da hinten. Oder ob die scheiße sind, die sollen dann nach links. Rechts sind die guten und links sind die beschissenen. Ja, genau. Sie müssen die hier einfach ziehen. Ali, überleg das. Ali, guck mal. Die dürfen filtern, links, also scheiße oder gut. Immer von links. Ach so. Ja. Ich bin dieser Bustard von Toy Story. Miau. Ich hab früher Angst vor dem jetzt. Was? Ich hab früher Angst vor dem. So, wer ist denn hier die Dame mit der Katze? Miau. Ich kann nur Miau sagen. Und wer bist du? Ich bin Yumi. Hey, Yumi, hey. Du, Niumi, du wolltest ja letztes Mal gettasert werden. Miau. Okay. Gut. Also, welche Katze bist du denn jetzt? Bambai-Katze. Eine Bambai-Katze. Eine Bambai-Katze. Wow. Kannst du denn auch so laufen wie eine Bambai-Katze? Gut, dann, das ist, wie sag ich denn? Also, ist das... Guter oder scheiße. Also, sieht niedlich aus, aber nicht gruselig. Also, ich sag, das ist nicht gruselig. Aber weil es die Yumi flauschig ist, ist ein gutes Kostüm. Fürs Penthouse. Okay. Frau Flauschig, sie sind weiter. Okay, rechts weiter. Kann ich mitmachen? So. Wer bist du? Ich bin der B**** von Toy Story. Du bist der B**** von Toy Story. Frau Flauschig. Wie heißt der denn? Wie heißt du denn? Kep. Like here. Genau, genau. Ja, okay. Ja, Trul. Was sagt ihr? Weiter, oder? Die da hinten sind alle raus. Die da hinten sind weiter. Nee, also, wenn es um... Okay, wir gehen mal nach dem Film, wenn ich Angst hätte, okay? Genau. Dann bist du... Chara, bist du Müll. Stell dir mal vor... Warte, warte. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du bist sechs Jahre und ein B**** spielst. Ich wünsche dir eines Gutes. Alles Gute für die Zukunft. Jetzt gehst du zu deinem Freund. Wer bist du? Ich bin ein High One. Wow. Und? Wer sagt ihr? Ist dort. Der sieht gut aus. Hier. Hier. Ist gut. Weiter. Achso, ja, danke schön. Nach hinten. Sag mal, aus welchem Film kommt der? Sag mal, hast du zu viel Stat-Track... Nein, das nennt man Last-Minute-Kostüm, wenn man keine Zeit hat. Achso, gut, dann kriegst du erst ein Last-Minute-Kostüm. Minute-Nein von mir, eh? Schon herbe noch. Was willst du denn? So. Du. Hallo. 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 Wer sind die... Wer sind sie? Ich bin die Herzkönigin aus Alice im Wunderland. Ich wusste. Und wenn ich nicht gewinne, rollen alle Köpfe. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Schmeiß die raus, alle. Raus. Raus mit die Fische. Ach du Ruhe. Da müssen wir nicht aufpassen. Lass die lieber weiter, lieber weiter. Noch eine Runde weiter. Sie muss bremen. Wer ist mit dir, Joker? Sag mal. Ja, was soll sein? Wir haben schon einen Joker. Haben wir schon. Ja, aber das kann ich ja nichts für. Lass uns mal die zwei Jokers nebeneinander vergleichen. Also Joker hat keine Krawatte, der hat eher so eine Fliege. Ja, du lieb. Um uns die Zeit zu geben. Ist auch gut, aber leider haben wir hier einen besseren Kandidaten. Ja. Schönen Abend noch. Guten Abend. Guten Abend. Feuerwehrmann selber geworden auf einmal. Kannst du mir eine Feuerwehr machen? Ach so. So ein Funkspruch von einem Feuerwehrmann? So original? Nein. Kann ich leider nicht. Okay, dann so wie du denkst. Alarm. Oder falscher Film. Alarm. Und falscher Film. Hol die Matratze raus. Alarm. Thomas. Okay, also kannst du das nicht? Nein, nein. Ich bin nicht so gut da drin. Okay, aber sieht trotzdem gut aus, aber nicht gruselig. Ja, kein Problem. So, was ist mit dir? Mein Name ist Leroyz. Ich bin dein bekannteste Rapper in ganz Los Santos. Wer bist du? War der nicht vorher raus? Dein bekannteste Rapper in ganz Los Santos. Ne, wie ist dein Name nochmal? Der war doch vorher. Leroyz. Ja, du bist doch vorher schon raus. Na, was hast du da wieder? Der ist schon rausgeflogen. Der ist schon rausgeflogen? Ja, ja, ja. Ja gut, dann tut mir leid, ne? Was war bei dir denn? So, was ist mit dir passiert? Andere Galaxie. Boah, das sieht geil aus. Der Arme kommt aus Fortnite. Wer bist du denn? Andere Galaxie. Ja, okay, aber wer bist du Andere Galaxie, Jani? Wer versteht denn? Du kommst von Andere Galaxie, aber wer bist du? Alien. 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 Man hat ja was, ne? Nehmen wir. Ganz weiter. So, wer sind sie? Hallo, Essie Kader. Ben bitte weg, Nusti. Essie Kader. Ich bin Techno-Lady Bug. Techno-Lady. Ach du Scheiße. Ah, hier von Overwatch. Okay, kannst du auch Techno-App spielen ein bisschen? Leider nicht, nein. Tex. Gut, dann nimmst du jetzt deine Schwester, weil ihr seid beide rausgeflogen. Schönen Abend noch. Ich mach das. Ich mach das. So. Ich mach das. Du wärst weitergekommen, weil du bist mit Django verwein und bist rausgeflogen. So. Oh, wer kennt ihn hier? Ich bin Jace. Oh, Jace. Ich bin Jace. Ich bin Jace. Ich bin Jace. Ich bin Jace. Dann haben wir nichts gegessen, die Arme Schildkröte, habt ihr die Dingshirsch? Diese Zeit hin, diese Zeit hin. Dann rede mal wie eine Schildkröte. Du seid mal ein Reden-Schildkröten. Ja, kennst du das nicht? Mach mal Geräusche, mach Geräusche. Oh, ich kann das hier dafür. Das war cool. Was ist das denn? Das ist die Sumo-Ringer. Ah, egal. Was macht der denn? Das ist die Sumo-Ringer. Der war gut. Ja, und was sagt ihr? Okay. Sieht wild aus. Das geht noch wie sehr gut. Wir haben schon den Ender mit dem Endzug gehabt. Danke dir, aber trotzdem. Nein, ich bin gut. Wer bist du? Nein. Ich komme vom Planeten Mars, bin 140 Millionen Meilen geflogen, um hier teilzunehmen zu dürfen. Ich bin vom Planeten Mars der einzige Überlebende, hier 140 Millionen Meilen geflogen. Hallo, haltet doch mal die Fresse da hinten, was ist denn los mit euch? Versteht ihr das nicht? Ich komme vom Planeten Mars, bin der einzige Überlebende dort, bin 140 Millionen Meilen geflogen, um hier teilnehmen zu dürfen. Wo ist dahin? Wo ist dahin? Oh, das ist eine gute Story. Du bist von dahin gekommen? Von hier, oder was? Wie lange bist du geflogen? 140 Millionen Meilen, das war eine lange Flucht. Mit welcher Maschine sind sie geflogen? Mit meiner selber gebauten und meinen selber gepflanzten Tomaten. Okay, okay. Ja gut, dann schauen wir uns das mal an. Hier, lass ihn weiter. Wo ist er denn? Wo bist du hier? Hey! Hehehehehehe! Bruder, was ist das so? Einfach hier in einer Reihe hinstellen. Hey, yo, ich bin der wildeste Pirat im ganzen Ozean. Was geht ab, Hut? Wow! Okay, nimm die Hände runter. Nein! Das war ja schon mal echt cool, ne? Ja, nein. Und jetzt du. Zack, bap, bap, bap! Einfach nach dem Raum. Frank, wer war das? Das war keine Seite. Kann noch jemanden übersetzen? Ja, ja. Er sagte, er möchte gerne gewinnen. Er sagte, wir wären der Kommandant, eine Dudeweaver. Das war echt gut, Bruder. Das war gut. Dann die nächste. Ich spiele gerne Joker. Was? Wow, das war ja wirklich... Das war gut. Ne, das war sehr authentisch. Ich hab mich kurz wie in einem Film gefühlt. Als wärst du Batman, oder? Ich war Batman Squad, ja. Batman, Batman. Batman bin ich geworden kurz. Seid ihr denn auch so, also, ist das euer erstes Mal, dass ihr sowas macht, oder habt ihr immer so ein Duo-Team, sag ich mal? Das ist das erste Cosplayer. Gut. Mach das mal öfters, bitte, wirklich. Die nächste. Gut. Danke dir. Wenn du nachts in deinem Bett liegst, komm ich aus deinem Kleiderschrank raus und töte dich im Schlaf. Hör auf, la. Oh, was hat's da gemacht? Das kann ich nicht so? Kann ich nicht so machen? Ich hab's nicht so gemacht. 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 Okay. Jetzt du. Boah, wer ist's? Ich hab's nicht so gemacht. Oha. Boah. Wie das? Boah. Boah. Hoah. Das Alien auf Weißcrag. Das ist wirklich gut. Wow. Authentisch. Den die nächste. Yo. Süßes oder Schwanz, bitch. Ja, sick der Hitler. Woher. Wohl. Wohl, wirklich. Ich bin runter. Einfach einfach einfach. Die nächste. Oh, ich hab jetzt weiss was. Der ist auf jeden Fall... Ich will sagen, der kommt auf jeden Fall an einer Schammer. Okay, okay. Der Nächste ist, der muss jetzt hier resieren. Du musst resieren jetzt. Wir haben alle hohe Erwartungen. Ich werde ziemlich knusprig, wenn ihr wollt, könnt ihr ihm abbeißen. Okay, danke dir. Ihr habt mir meine Haut abgerissen, selber gefressen und wenn du nicht so enden willst wie ich, dann verpiss dich lieber. Da oben ist ein Juggernaut. Okay, okay, okay. Fass du nur mal verbannt an und schreib dein Leben, schneid deine Pulshade auf und gib deine Leber dir zum Essen. Okay, vielfüßig, entspann dich. Alles gut. Ich komm nicht mehr in deine Nähe. Alles gut. Ich bin nicht verrückt. Meine Realität ist einfach nur anders als eure. Okay, weiter, weiter. Ich hab Angst bekommen jetzt. Ich will vom Deck springen jetzt. Okay, dann lass dich weiter. Wenn du mich nicht weiter lässt, dann schneide ich deine Kehle ab mit meiner Motorsäge. Mir ist verstanden. Tamam, bist du Albana oder Dings Motorsäge? Ich schneide dich ab mit meiner Motorsäge scharf schief. De Capri, bist du das? Also ich finde das aber gut. Das ist ein authentisches Outfit. Schlecht, aber authentisch. Ich werde von einem One-Head-Affen zu einem Five-Head-Affen. Authentisch. Das ist gut, das machen wir. Das war wirklich stark. Five-Head. Ist weiter. Ja. Ja. Ich will jetzt Penthouse her, Udi. So gut, hast du irgendwas noch vorbereitet? Außer Miao? Also so vielleicht so... Miao. Miao Miao. Okay, der Esel dahin steht, bitte. Guck mal nicht rein. Das ist gut. Das ist... Das ist gut. Heute ist der Tag des Todes. Heute sind alle Geister wach. Alle Hexen auf dem Dach. Monster schleichen um das Haus. Drum gib schnell was Süßes. Das ist groß. Tamam, Mann. Das ist gut. Soll ich machen. Er hätte ich mir gegeben. Wodka Gin und Bier. Trinkt der Schnabel, pisst er viel. Nochmal bitte. Wodka Gin und Bier. Trinkt der Schnabel, pisst er viel. Super, Herr Schnabel. Warte ein Stück. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Das ist jetzt die finale Runde. Es gibt jetzt drei Gewinnerplätze. Der erste kriegt 5.000. Der zweite kriegt 2.500. Der letzte kriegt 1.000. Das wird jetzt von den Ulrike ausgewählt. Hier, dann nehme ich direkt Platt 1 schon mal. Genau. Hallo, ihr geht mal. 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 Ich bin so breit. Ich bin so breit. Wie würdest du mich da schubsen? Was sollen die denn sagen? Was sollen die machen? Hallo. Ihr wisst, am Ende des Tages, jedes Kostüm ist heute sehr schön. Das eine ein bisschen mehr, das andere weniger. Jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Ja, muss man auch sagen. Ihr habt alle ein super schönes Kostüm heute. Muss man sagen, jeder einzelne, der hier steht, auch die, die nicht weitergekommen sind, dafür einmal klatschen. Das ist so toll. Wow, wow, wow. Ja, super. Deswegen erstmal ein super schönes Kostüm. Ja, super. Wir müssen jetzt natürlich weiter gucken. Wer schafft das denn? Er reicht jetzt. Okay. Okay. Fünfmal. Deswegen, ich muss jetzt einfach gucken, wer von euch hat die ersten drei Plätze verdient. Ihr tut euch jetzt auf eigene Art und Weise ausdenken, was ihr macht, um den ersten, zweiten oder dritten Platz zu ergarten. Dafür geben wir euch drei Minuten Zeit. So, und ihr könnt euch auch gerne was zu trinken holen, etc. Ist ja... Wir kriegen ja nichts hier. Aber das ist ja nichts. Der Barkeeper ist jetzt an der Bar. Ich habe sehr viele Bücher über die Kunst der Affen gelesen. Seitdem muss ich diesen tollen, großen Kopf unter meinem Helm verschwinden lassen. Oh, der, der, der Move war stärker. Aber eben der war noch stärker. Das hat er doch eine Runde vorher genau so gemacht. Nein, der hat eben noch stärker. War gut, war gut. So. Gehen wir so. Was ist da vorne? Ich hab dir schon vorhin gesagt. Was passiert mit ihm, wenn ich nicht gewinne? Nein, guck mal. Oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr, oh, Herr. Okay. Die nächste. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Kniet nieder vor mir, oder ihr werdet alle niedergestreckt werden. Okay, du Scheiße. Du hast mich überredet. Da will sich bestimmt die eine oder andere Person hier finden, die das machen wird. Ja, tatsächlich. Na gut, steck. Ich hab Angst bekommen, tatsächlich. Die nächste. Ah. 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 Komm her, komm her. Ah. Ah. Ja. 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 Alles klar. Ja. Okay. Danke dir. Ja. Oh. 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 Oh, was weiß ich denn jetzt? Oh. Krank. Oh, jetzt der Pirat. ich werfe polenböller so schnell wie die welle das war wirklich authentisch dass ich glaube so dann hier die zwei die haben wir wirklich schon gesehen hinter den kulissen wurde schon fleißig geübt dann kommt man nach vorne und der zeigt uns das mal normal sein ist langweilig am crazy bitteschön das ist schon ein superduo-team oder ist das verheiratet nein nein das stück ist ich möchte alle meine schimpansen kollegen alle befreien meine ganzen brüder dafür werde das geld einsetzen vielen dank super der nächste ok ok hier das war es jetzt erst mal dritter dann zweiter dann das ist schwierig da werden so viele gute dabei das ist ja unglaublich wow der erste platz für heute freunde ein fehler ist unterlaufen entschuldigen sie mich leider ist bei der beim auswerten leider im ist leider noch mal zurück in die dinge das war leider ein falsches tut mir leid ja ich bin gerade finale bruder sieht gut aus entschuldigung angenommen ja die hat sich am meisten mühe gegeben deswegen geht der erste platz und wie heißt der nummer der eine haut zu hause auf dem tisch die ganze zeit auf dem zweiten platz auf dem zweiten platz und wie heißt der nummer die waren auch alle sehr sehr gut aber das duo team hat natürlich auch heute gut abgerissen leider mussten wir die waren auch alle sehr sehr gut aber das duo team hat natürlich auch heute gut abgerissen leider mussten wir Ja. Leute, hermutigst du einmal eine Klatsche! Yeah! Was geht, Jungs? Habt ihr einen Euro? Chill mal, chill mal. Geh ja nicht direkt in meinem Laden, chill mal. Ey, Digga, oh mein Gott, deine Halloween-Fresse ist ja richtig krass. Ihhh, wie sieht das denn aus? Nee, du bist ja ganz lustig. Ich will den später ins Gel. So, lass uns hier mal gucken. So. Der dritte Platz geht schon an die, würde ich sagen, oder? Ja, lass uns mal gucken. Aber natürlich auch Applaus an alle anderen, das wäre super. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Gut, eigentlich zahlt die Gewinner aus. Ayo, Ayo, komm mal kurz. Ach nee, nicht wieder. Ach nee. Ich hab, nicht wieder. So hab ich auch aufgemacht. Ayo, komm mal. Was? Was? Die mit der Maske da vorne? Die hat auch gewonnen, die ist auf Platz 2. Ja, die kann man jetzt auch endlich mal vögeln. Verrück dich mal. Ja, entspann dich doch mal, hallo. Ähm, was? Na Mut, du musst die erst kennenlernen, ja? Dann kannst du fragen und dann vielleicht wird da was draus. Okay. Oh, wohin gehst du? Warte mal, Ayo, Ayo. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ähm, Bruder, ich wohin denn? Wohin denn? Was machst du denn? Digga, das sieht ja aus wie auf deinem Balkon. Was du bist doch. Das ist doch eins zu eins die gleiche, wie auf mein Bruder. Ja, ich seh das, Mann, Decker. Haha! Why always me? Time when Bali du templos mit. Weil Youboy? Why always me? Vielleicht du contribute laughs.